hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge der letzten folge haben wie ich erfolgreich und sofort natürlich die gesamte legion des abgrunds besiegt und in ein häuschen asche verwandeln wir haben seelen wir haben seelen gegeben gegen level eingetauscht genau und jetzt geht es weiter runter glaube ich in die kathedra nein wo hat das ja genau beiden wächtern des abgrunds so hier sind wir wieder ich wollte noch schauen folgendes ich habe zwei finstermaschen ich habe zwei finster rüstungen okay ich habe eine finsterstulpe ja und finster gamaschen und das finsterschwert ne du wirst mich nie aufhalten ja keine ahnung ich sehe aus wie skeletor so ein bisschen so dark so zu wirst von skeletor soll ich so rumlaufen ach komm wieso nicht alter das okay meine hinteren sieht verdammt riesig aus habe ich das gefühl mit diesen knochen platten oder was das da ist das höre ich hört ihr das jetzt das feuer knistern naja ich weiß nicht ob ihr es wisst aber ich habe ein jedoch deshalb der letzte folge glaube ich genau ich trage diese ringe verhindert verbrauchen fähigkeiten fp genau ich hatte den estus ring ausgerüstet gehabt als ich gegen die legion gekämpft habe genau das wollte ich doch schnell erwähnen falls ihr euch gewundert hat was ein ring war weil das habe ich glaube ich eventuell raus geschnitten so ich weiß nicht wie viele minuten das waren da werde ich zumindest ausgeschnitten hafen das schwert sollte ich wegpacken das ist ne 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 mein gerades iritylschert ist viel besser nach wie vor genau oh katakomben ist ein kartus das hier sieht aus wie ein boss raum oha das ist ja größer und weitläufiger als ich zunächst annahme ich dachte das sind katakomben blut überall schädel was ist das da ist irgendwas seht ihr das da am ende und ne menge blut aah ooo wie kommen diese diese kleinen ächsen wie kommt die wie kommen die überall rein oder überall hoch oder keine ahnung kommt die eigentlich kommt die eigentlich ein skelett alles klar ich glaube das sind knochen die ich da scheppern höre noch ein skelett äh ist klar was ist da kann ich da runter ich kann da theoretisch runter aber ich will da nicht runter ok oh hi du 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 Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Was? Habe ich gerade zweimal Seelen bekommen von dem? Oder nur einmal? Okay. Okay. Das Geld muss man hier nur zweimal bekämpfen? Na gut, okay. Kein Problem. Glaube ich. Okay. Das ist ein Skelett. Aha. Sieht doch selber aus wie ein Skelett, also warum greifen die mich an? Was hast du für mich? Kartusrot. Was macht das? Kartusrot, rot, rot. Fügt Waffe der rechten Hand Blutungseffekte hinzu. Interessante Logik. Willkommen bei den Orks. Orks Waffenwissenschaften Lektion 1. Wenn du deine Waffen mit roter Farbe anmalst. Oder beschmierst. Da kommt sie mir. Übt sie deinem Gegner Blutungseffekte hinzu. Oh, wow. Oh, der hat roter Augen. Was? 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 Jo. Was bist denn du? Was? Alter. So. Nein. Tolle Mann. Wow. Hilfe. 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 Daneben. Alles klar. Mal. 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 Was ist das mit meiner Ausdauer? Mal. 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 Oh, ich bin stärker geworden mit der Heilung, glaube ich. Jetzt mit Glauben. Mit Glauben glaube ich, stärker zu sein. Okay. Okay. So viel Loot. Oh. Oh, da ist doch ein dritter Skelett. Jetzt? Wollte ich nicht. Okay. Wir kriegen keinen Postschaden, oder? Gehst du wieder auf? Nein. Gehst du wieder auf? Da steht ja auf, wenn ich es am wenigsten erwarte. So. La 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 la. Ich gehe mal Blüten flippen. La 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 la. Nein? Okay. Jetzt war es vielleicht so ein random Event, oder so. Also was macht mein Rechner? Da piepst ja voll. Äh. Ach, das ist ein Bogenschütze. Alles klar. Ich habe was aufstehen gehört. Da hinten. Okay, das wird lustig. Wie wir sind hier. Äh. 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 Ach, du kleiner Sch. Du kleiner Sch. Sch. Kleiner. Du kleiner Sneaky Beaky, du. Alles klar. Ich muss mich hinter den Säulen hier verstehen. Okay. Gehst du wieder auf? Ach, heil. Ich hoffe mal nicht. Okay, so weit, so gut. La 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 la. Ähm. Ich habe es noch gehört. Da bist du. Aha, da sind noch mehr. Aha, ich habe geblockt. Scary, scary, skeleton. Nee. Spooky, scary, skeleton. Blum, 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 blum. Ich gehe mal nach links. Äh. Oh. Oh. Ha. Oh. Entschuldigung für das blöse, blöse Wort. Äh. Kann ich nochmal? Nein. Ich habe nicht genug FP. Okay. Äh. Wie konnte ich das denn übersehen? Okay, das habe ich nicht erwartet. Entschuldigung, nächstes Mal klappt das Pest. Hier geht es runter. Oh. Junge. Das ist ja fast schon peinlich. Oh Mann, okay. Da ist ein Gang. Hallo. Seele eines namenlosen Soldaten. Hallo. Are you alone? Oder hast du Knochen, die aufstehen? Hallo? Hallo? Bin ich so vorsichtig? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Hallo? Oh. 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 Ja gut, das ist nur fair, glaube ich. Oh, das verursacht der Blutungsschaden. Ob wir irgendwann kommen. Ey, du kleiner Konoichi. Hör auf. Au. Nein. Äh, äh, äh. Au. Blutverlust. Oh, oh. Oh, oh. Was? Junge. Ey, das gibt's doch nicht. Okay. Okay. Blutverlust. So wollen wir also spielen. Alles klar. Dann folgendes. Ach, bitte hin. Denk ich schon. Da habt ihr das Kristall rein. Mhm. Stachelpeitsche. Mhm. Dann folgendes. Dann folgendes. Blut. Blutung 19, 24, 27. Äh. Äh. Oh. Das ist sogar besser. Okay, nehme ich das. Gut. Äh. Blutung 54, 50, 60. 61. Okay. Ein bisschen Fashion-Souls. So, wir zwischendurch. Ist auch mal gut. Abwechslung. Und so. Okay. Okay. 44. Dann war's das. So, okay. Wie sieht's jetzt aus? Nicht übel, nicht übel. Wie schwer bin ich? Nicht übel. Okay. Okay. Weiter geht's. Da kommt noch ein Kartus. Ja, danke für die Nachricht. Jetzt weiß ich ja Bescheid, wo ich hier bin. So, da liegst du. Skeletten. Du hast gleich ein paar Augen. Du hast weiße Augen. Gehen. Oh. So. Komm her. Aha. So, jetzt steht die wieder auf, oder? Die Seelen hab ich nicht bekommen. Interessant. Okay. Hallo. Da bin ich nicht. Jetzt. Jetzt hab ich auch die Seelen bekommen. Okay. Pampa hat da einen zweiten Atem. Oder eine zweite Luft. Hallo. How are you doing? Oh. Oh. Hier, wenn keiner ein Frost schafft. Okay. Vielleicht, dann blüht er schon wieder. Kartus-Grundschwert. Habe ich das Team schon? Äh. Nein. Kann ich das führen? Ja. Oh. Oh. Ah, das Eis-Grundschwert wird nur noch besser. Heilen. Das muss reichen. Äh. Die richtige Säule auswählen. Sonst falle ich runter. Statt ab die Brücke. Hallo. Sonst geht's runter. Ich schreibe die Brücke. Nur rum. Hallo. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Na? Komm her. Däm, bim. Bam, 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 bam. Oh. Ach ja. Na, komm her, 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 komm her Ins Schwert gesprungen. Wurfmachete. Wurfmachete verursacht Blutungsschaden. Habe ich meine neuen Wurfmesser gefunden? Eine ganze Machete, heilige. Nice. Klinglingling. Klinglöckchen. Klinglingling. Klinglingling. Ich sollte mich unten weiter umschauen. Bevor ich hochgehe oder hoch. So, der hat keine Augen, der hat noch nicht meinen Kopf, also bleibt er wohl hoch. Ja, 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 komm. Jetzt geht es hier sogar noch eine Treppe runter. Ich sollte hier vielleicht... Ja. Ah, ich sollte so einiges vielleicht machen, aber erst mal hole ich die Läden wieder. Okay, mein Schwert ist nicht zu lang. Ich nehme den Bogenschutz. Wo kommst du denn her? Hä? So solltest du nicht hier sein. Dachtest du wohl? Gut, das ist er. Ich hole meine Seelen zurück. Na? Nimm. Also. Hey. Yes. Jetzt gehe ich wieder hoch. Ich kann sogar schneller hochklettern. Gut zu wissen. Klinglinglingling. Lalalala. Ach ja. Oh Gott. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Tunnelblick. Mann, 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 Mann. Ich dachte gerade, ich habe was von rechts gehört oder so. Du stehst nicht mehr auf, oder? Nope. Nope. Komm her. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh. Okay. Die Hand. Oh, alter. Bleibst du liegen? Ich segne dich mit meiner... Oh, war kalt. Keine Ahnung. Hier ist kein Knopf auf dem Boden. Da sind nur Knochenknochen. Was tut für mich? Ja, okay, noch eine Säge. Dankeschön. Oh. Ich könnte einer auch besser als ein Squeak machen. Das mache ich aber nicht. Habe ich einen Katzenring? Falls jemand fragt, ich habe keine Ahnung, was das ist und ihr habt euch verhört. So. Äh. Was ist da unten noch? Noch so ein Typ. Okay, die sind stark. Ich acknowledge deren Stärke. Okay. Hey. Die... Falk schon. Die trocken eine Menge. Wo ist das gute Schwert? Da. Blutungsschaden? Nein. Ach so. Ah, jetzt wacht sie. Wie viele Knochen liegen hier herum? Hm. Wo sind die Tassen? Da. Okay. Ah, du bist der Typ, den ich da vorhin gesehen habe. Alles klar. Wie viele Knochen liegen hier? Äh. Keine. Glaube ich. Ich bin nicht irre. Ah. Ah, du kommst selber hoch. Okay. Oh nein. Nein. I cocked you. Nein, bevor der zweite hochkommt. Geht. Are you dead? What? Was ist jetzt passiert? Leider die der Nietzsche aber. Okay. Ich bin mir sicher, die machen... großen Schaden. Ach, der patrouilliert einfach hier herum. Okay. Come here to me. I'm challenging you. Der macht genau das gleiche. Au. Au. Ey. Sag mal. Das wird doch nicht... Mann. Ich wusste doch, die machen Schaden. Okay. Jo. Noch eine kleine Titanitscheibe. Hurra. Wie steigt man... Äh. Äh. Doch. Steigt man nochmal die FP-Punkte? Alles klar. Okay. Scary Skeletons. So, was hast du für mich? Seele? Nein. Kleine Titanitscheibe. Zweimal. Dankeschön. Ich geh erstmal hier hin. Oh. Es geht weiter runter. Okay. Das sind vermutlich alles Bogenschütze. Okay. Was ist dort? Erstmal... Hier ist nichts. Hier ist nichts. Gut. Hier ist wirklich nichts. Hier ist wirklich nichts. Keine Falle. Keine Falle. Und ja, du. Hier habe ich den verfehlt. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jo. Hey. Hurra. Hö, 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 hö. Okay, dich habe ich nicht gesehen. Das sind mir auch lehnen. Die hey, den. Dankeschön, scharfer Edelstein. Danke, scharfer Edelstein. Vielen Dank. Für die Schärfe. Dann war's das hier. Okay. Okay. Ich habe doch selber den Bogen. Ja, eigentlich könnte ich zurückschießen. Ich habe sogar Pfeile. Soll ich mal? So, just for fun. Jo, komm. Komm. Fürs jetzt Play. Nein, falls das. Äh. Bogen, 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 Bogen. Welcher Bogen? Ist das besser? Der? Oder der? Der hat eine bessere Reichweite. Ach, ich lasse, ich nehme den Schaden. Okay, der Langbogen ist dann besser. Alles klar. Durchstechen? Bin ich mal gespannt. Hä? Okay. Nee, nee, nee. Au. Ich wusste es, Mann. Mann. Yes. Nein. Nein, Mann. Junge, warum kannst du nicht jemanden ins Visier nehmen, wenn ich ziele? Wow. Ich habe ein Skelett verfehlt. Bogen schießen ist echt nicht so einfach. Nein. 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 Ich muss auch treffen können. Gibt es Headshots? Nein. Vielleicht ja. Aber ich habe es nicht getroffen. Es gibt Headshots. Es gibt Headshots. Mann. Macht doch eine Rolle, Junge. Ey, du Kleiner. Ey, du Kleiner. Wie die Bus. Okay. Ja, keine Ahnung. Der Bogen lohnt sich nicht wirklich, leider. Weg damit. Man hat das Gewicht. Es hat kein Gewicht. Cool. Oh, ich bin ein Einhorn. Oh, mein Auge. Oh, fast verfehlt. Okay. Äh. Aua. Das hier war noch die Etage. So. Erwache. Mein Minion. Ich wusste es. Es sind zwei. Okay. Das kam unerwartet. Na. 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 Ich bin rolling. Behaving. Hey. Yes. Okay. Seelen bekommen. Er ist tot, tot. Komm her, du. Come to me. Hey, du. Was? Nein. Mann. Was ist das denn dort passiert? Geht's Treppe hoch? Ah, noch ein Ding. Habe ich die Seelen bekommen? Ja, okay. Oh, noch ein dritter? Oh, ich sehe doch ein... Nein, das sind zwei Becken. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich bin weiter aufgewacht. Ich bin weiter aufgewacht. Aber kommt hoch, aber... Kommt hoch, die Treppe. Na, okay. Du. Du hast wenigstens ein Gehirn übrig gefordert. Oh, ich bin weiter aufgewacht. Dann... Oh, ich wollte doch eine Rolle machen. Ich wollte doch eine Rolle machen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Fang mich! Wo ist der andere? Da ist der andere! Komm her, du! Mann! Warum mache ich einen Gritz? Ich wollte eine Rolle machen, aber ob ich dafür glaube. Gut, Seelen erhalten, er ist tot. So, kein Gritz! Ich wollte eine Rolle machen, aber ob ich dafür glaube. Gut, Seelen erhalten, er ist tot. So, kein Gritz! Kein Knopf hier, kein Knopf da, sehr gut. Okay, das sind nur Deko-Knocken. Aha, oder? Aha, er ist ein Gegner, oder? Nee. Nee, nein, da sind nur Knochen. Oh! Es tut mir leid, ich würde dich... Au! Dankeschön! Es tut mir leid, ich würde dich mitnehmen, aber... Ich habe keine Wahr... Okay, das ist nervig. Ist da noch was? Mal gucken. Jo. Dankeschön! So, war hier noch was? Nein? Nein? Es ging nicht weiter runter, nein? Okay. Doch, hier, was ist hier? Ein Loch. Okay. Darauf trinke ich erst mal ein. Oh, ich habe genug Seelen und meinen Glauben nochmal zu erhöhen. Was geht das denn? Was geht das denn? Soll ich runter? Nein. Ich mache mir leid, aber... Ich mache mir leid. Ich mache mir leid. Ich mache mir leid. Die, 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 die... So. Ja, komm, hallo. Aufrüsten. Äh, Reisen. Feuerbahn schreien. Ha-rah, Rüstung. Mhm. Gott des Krieges? Aha. Du bist weg. Okay. Du bist draußen. Der Typ neben dem Thron. Vermutlich weg. Nein, der ist noch da. Okay, hat er was zu sagen? Ich weiß nicht. So, du da. Guten Tag, liebe Frau. Sehr gut. Dann touch the darkness within me. Ja. Okay, hello. Nein. Nein, ich habe nicht genug. Äh... Das können wir fixen. Das können wir fixen. Einen Moment, bitte. Einen Moment. Einen Moment. Oh, ich habe ein zweifarbiges Schwert. Ah, nein. Küche Luft. Lange war ich nicht mehr draußen. Gut geduld. Nee, Moment. Das war doch grammatikalisch richtig, glaube ich. So. Wow, wow. Pull it the dog. Aus. So wie zu sehen. Oh, oh. Nicht genug. Das ist schwer. Das ist ja das, was ich hier beim Rootlet bekommen kann, ne? War da ein Mitglied des Abgrundes? Also, war der Typ, der Debring-Typ, war da von der Legion des Abgrunds oder so? Hargwoods Schild. Hm. Okay. Warte mal hier. Hargwoods Schild. Das Schild von Hargwood, einem Deserteur der Untoten Legion. Nun, ich wusste es. No Shit Dialog. Elementary, ist der Wurz, ne? So, Detektivnis. Nein, Detektion, ist er, glaube ich. Die Wächter tragen aufgrund ihres einzigartigen Schwertkampf-Stils eigentlich keine Schilde. Allein schon der Besitz dieses Schildes zeigt, wie verzweifelt Hargwood gewesen sein muss. Und wie der aussieht? Was bringt mir das Schild? Im Gegensatz zu dem? Nein. Äh, zu dem? Okay, der ist ein bisschen schlechter. Gut. Interessanter, wo es der Typ ist, denn? Wow. Fast, fast habe ich genug Seelen. Wow. Welche Treffersicherheit. Äh. Wo ist der Typ aber hin? Nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Fallschaden ist immer noch tödlich, selbst in deinem Alter. Level, Level. Ich bin nicht alt. So. Ja, nein. Immer noch nicht genug. Äh. Der toten Acker der Asche. Hallo. Stab, 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 stab. Jo. Ich glaube, das ist immer noch nicht genug. Wann bin ich stark geworden? So, wohin? Geronimo? Ach, komm. In Jasper Ecke, ne? Äh. Und bei dem da? Bum. 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 So, breis. Okay. Die. Ah, du bist ein Armgutstück gewesen. Ja, das habe ich genug Seelen. Wenn ich jetzt abgut schon sterbe, ne? Dann wird's lustig. Ah. Ach gut, danke schön. Oh, das ist ein schwindende Siebel. Na, da habe ich sie ja noch gerettet. Gerade so. Oh. Oh. Es fühlt sich so gut an, wieder Sachen aufzunehmen. Oh, noch ein Level ab. Oh. Dann touch the darkness within me. Take Nuri. Juh, Glaube Nummero 13. Yay, 12.000 jetzt. 1, 2, 3, 8, 4. Naja, ich kann fast richtig zählen. So, Magie, 100, Dunkel, 102 und cool. Bestätigen. Yes. Hippie. Gut, das wäre das. Gut, das wäre das gewesen. Ich würde sagen, das war es für diese Folge. In der nächsten Runde geht es weiter tiefer in den Abgrund der Katakomben rein. Die Skellis werden sich nachdenken müssen und schauen.